Hallo alle Kinder. Heute machen wir ein Geschickte. Aber es gibt nur zwei Geschickte. Einmal Sekunde. Geschickte? Okay. Es war einmal ein Kassel und ein Feuer. Wir fahren und fahren und es war ein Gewinner. Und noch ein Geschickte hat eine Universität. Es war einmal eine Universität und der ist schon groß. Und ein Junge, der kennt die Kuh. Und noch ein Junge. Und noch ein Junge. Und noch ein Junge. Und noch ein Junge. Und schön Ende.